Herzlich Willkommen zu Stradity mit mir, ich bin's Onkel Boogie und wir sind zurück, die Vögel kommen uns entgegen geflogen, alle freuen sich. Ich bin nicht im Hauptmenü, nein, weil ich weiter gespielt habe, ich habe einen Break in der Folge gemacht. Wir waren dabei gewesen, wir haben gegessen, wir haben getrunken, unsere Lebensenergie erholt sich und wir tun heute nichts. Die Uhr zeigt es an. Nichts, nichts, nichts. Was sagt die Kiste dazu? Liebe Kiste, was sagst du? Ich habe keinen Bock mit dir zu reden. Mach du doch mal, was du bauen willst. Okay, machen wir. So, wir hatten vorgehabt, da oben den Weg rüber zu bauen. Okay, wir hatten vor, innen drin die Wände hochzuziehen. Das heißt, ich habe immer noch das Problem, dass sich der Boden hier nicht innen reinbauen lässt. Warum aber nicht? Ich kann hier nicht bauen, das ist zu nah an einer anderen Struktur. Ah, sonst sagt er, ich kann nicht bauen, weil was im Weg ist. Das Problem ist, ich kriege doch jetzt keine, wie ist das denn, was auch, wenn wir jetzt hingehen. Wir nehmen jetzt mal folgendes, wir nehmen mal folgendes an. Wir setzen diese Wand hier hin und versuchen diese Wände mit einer weiteren Wand zu verbinden. Das geht nicht, das geht nicht. Ich brauche aber diese Wand. Ich brauche... Flugzeug! Rettung! Wir bauen hier unten einen Riesenturm, das müsst ihr doch sehen von da oben. Okay, da drüben kann ich dran bauen. Ganz ehrlich, im schlimmsten Fall wird das für mich bedeuten... Das ist doch doof. Warum geht denn das hier... Was sagt der denn hier? Da ist etwas im Weg. Also hier sagt der, es ist was im Weg und daneben sagt der, es ist eine andere Struktur. Was ist denn, wenn wir die Wand einreißen hier? Oder ist es vielleicht wirklich das Floß? Aber ich glaube nicht, dass es das Floß ist. Es ist doch so weit weg. Eine andere Struktur ist im Weg. Die Frage ist, brauchen wir... Pass mal auf. Lauf. Wie ist es denn, wenn wir jetzt einen Boden da draufsetzen? Das heißt, wir haben jetzt ja hier unsere Baumöglichkeiten. Wenn wir jetzt den Boden nehmen. Hey. Hey, da rüber sollst du. Nicht hier auf dem Haus. Krass, der erkennt das gar nicht mehr, dass du es überhaupt zu dem Haus gehört, was ich da gebaut habe. Ah, ich weiß auch warum, glaube ich. Weil die Wände noch nicht hochgezogen sind. Kann das sein? Wir können mal Folgendes probieren. Wir können von da drüben mal versuchen. Und da müssen wir eh einen Weg nach drüben zum... Also, pass auf. Da wollen wir doch sowieso mit einem Weg rüber. Das heißt, wir müssten hier oben dann... Kriegen wir das von hier unten so platziert? Ohne, dass wir da oben stehen? Ja, das geht. So, der Pfeil zeigt in die Richtung. Wie ist denn das nochmal? Wir haben die ausgerichtet gehabt hier. Pfeil zeigt nach links Richtung Meer. Wenn der Pfeil in die Richtung Meer zeigt, dann ist es so quer die Dinger. Ist ja okay, soll er ruhig machen, oder? Pfeil Richtung Meer. Wobei ich jetzt eigentlich gerne gedreht. Pfeil Richtung Meer? Okay, das wäre richtig dann so rum. Sag mal, Pfeil Richtung Haus. Pfeil Richtung Haus. Okay. Ist das richtig? Hier komme ich irgendwo nirgendwo hoch. Ich muss mir hier eine... Ich muss mir die Treppe schon hier hin machen. So, weg mit den Trophäen. Sorry für Schiffsphase, die Arbeit hier zu machen. Wir wollen auf jeden Fall mit der Treppe hier hoch, haben wir gesagt, gehabt. Ja, wir könnten, wie auch hier, eine Holztreppe erstmal nehmen, weil wir haben mehr Holz als wir. Treppe sind drei Hölzer, glaube ich, oder? Eins, zwei, drei. Das probieren wir jetzt mal aus. So, wenn wir jetzt hingehen und eine Treppe bauen. Okay, wir gehen halt über das Menü, wenn es nicht direkt als Vorschlag kommt. So, hier wollen wir hoch. Warum geht das auch nicht? Ich kann hier nicht bauen, da ist etwas im Weg. Was soll denn da im Weg sein? Hier unten dieser Aufgang, gell? Es geht, das heißt, auch wenn ich die drehe, die geht nicht bauen. So rum geht's. So rum geht's. Aber so rum nicht. Wie ist denn das eigentlich? Wir wollen hier eine Treppe hin machen. Das heißt, unsere Treppe hier ist definitiv sowieso im Weg. Wir haben gesagt, wir versetzen die Treppe hier hin. Da hätten wir hier unten zwar die Küche, ist dann nicht mehr so schön. Da können wir eine kleine Küchenwand hinziehen. Hätten die Treppe hier hoch, haben den Durchgang dann hier neben nicht. Aber die Wand wird auch eingerissen hier. Also, auf gut Deutsch. Wenn wir überlegen. Ja, das muss erstmal alles hier, die ganzen Kisten müssen weg. Das ist im Weg nämlich. Das heißt, wir könnten. Komm, das kann man darüber. Das, äh, was auch immer. Was war das nochmal? Ein Propeller, gell? Ja. Wir müssen hier eigentlich durch die Decke durch. Okay, kein Problem. Ab durch die Decke. Machen wir. Beziehungsweise. Passt mal auf. Wir wollen doch auch später wieder hier außen hoch ans Haus. Wir können uns jetzt, okay, passt mal auf. Wir können hier keine Treppe hoch machen, weil wir würden uns dann hier unten die Tür verbauen. Wenn wir hier einen Holzboden dran machen, könnten wir hier neben seitlich hoch eine Treppe machen. Das heißt, wir brauchen hier unten eine Foundation. Wir brauchen eine Foundation. Und wir brauchen eine Foundation aus Holz hier außen. Oder wollen wir eine aus Stein? Wollen wir unseren Steinweg hier erweitern? Das wird aber sehr teuer werden. Also erstmal, was klar sein sollte, wir brauchen, pass mal auf, hier. Ich hoffe, dass unser Holz für das reicht. Dann haben wir zumindest die Möglichkeit, daneben wieder hochzukommen. Wir brauchen jetzt erstmal ein Holz, ein Holz, nee, kein Fundament. Ein Holzboden. Das wäre der hier. Der so rum am Haus dran ist. Ja, das ist okay. Da machen wir jetzt eine Treppe dran. Die wird nicht gehen ohne Foundation unten drunter. Und die können wir erstmal aus Holz machen. Das kann man ja auch später noch einreißen. So, jetzt müsst ihr hier eine Holztreppe ran. Ich denke, das geht erstmal nicht im ersten Schritt. Die Holztreppe braucht drei Holz, natürlich. Das soll man einstecken, bestimmt zwei, hm? Jo, natürlich, wie denn sonst. So, Treppchen. Wird mich wundern, wenn sie geht. Ja, das geht nicht. Das ist klar, weil die hat keinen Untergrund. Die brauchen Foundation unten drunter. Und die Foundation kostet vier Holz, ja? Wir könnten, wie gesagt, auch Stein. Wir brauchen, wir haben auch nicht so viel Holz. Wir haben, was haben wir dann Holz noch? Eins, zwei, drei, vier. Vier, ich habe noch einstecken. Drei sind sieben, vier, fünf, sechs, sieben. Das heißt, Holzfoundation plus Dingsfoundation oben wäre dann komplett schon fertig. Eine Holzfoundation unten. Stein. Ich glaube, wir müssen mit unserem Stein, schaut mal, das ist nicht mehr so viel. Wir müssen mit unserem Stein ein bisschen Haus halten. Aber ich brauche einen Weg hier hoch, das hilft ja alles nichts. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt innen drin, wir reißen die eine Treppe ab, wir müssen eine Treppe hoch, haben wir noch, oh, das war glaube ich böse, das Floß eben. Ich habe ein bisschen Schiss, dass uns das Floß da mal abdriftet, also wirklich abdriftet. Wir haben hier einen Stamm. Hallo? Wir haben zwei Stämme, das heißt, wir könnten uns noch zwei Bretter bauen. Wir reißen innen drin die Bretter ab, wir kriegen wieder zwei Bretter raus. Wir haben noch ein bisschen Lehm übrig. Wir müssen ein paar Lehmwände bauen, wir müssen da Lehm hoch, wir müssen eine Decke hoch machen. Wir reißen zwar noch Wände und Dach ein, aber wir werden, wir werden definitiv viel Lehm brauchen. Wir haben viel Lehm einstecken. Hier liegt noch zehn Lehm ungefähr, oder? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Fünfzehn Lehm. Ich finde trotzdem, wir sollten sparsam sein mit dem Lehm. Das heißt, ich will mir ungern eine Lehm-Foundation da hinbauen. Wir machen jetzt mal Holz hin. Das hilft dir alles nichts. Wir wollen die Treppe da haben. Das erleichtert uns das Bauen und das können wir immer noch später gegen Steine ersetzen, wenn wir das wollten. Haben wir genug Wasser in den Beeten? Die verbraucht gar kein Wasser mehr, habe ich irgendwie das Gefühl. Kann das sein? Wir hatten keinen Regen, aber wir verbrauchen kein Wasser mehr. So, wie rum muss das sein? So rum Richtung Holz, Richtung Haus oder so gedreht? So. Wie sind das jetzt? Das zeigt so rum. Ja. Komm, dann machen wir das mal. Cool, das ist auf jeden Fall oberhalb des Sandes. Das heißt, wir haben doch ein bisschen Sand, werden wir drauf liegen haben. Was egal, ich will einfach nur meine Treppe da hoch haben. Und bitte lass die Treppe funktionieren, wenn die jetzt nicht geht. Ja, dankeschön. So kann man auch hochgehen. Wobei es wird eigentlich gehen, man brauchst du gar nicht fertigstellen. In der Theorie, ich könnte da hochlaufen. Also wer braucht die Treppe, wie sie jetzt ist. Bisschen schiefe Stufen, man hat die Chance, den Fuß zu verknacksen, alles okay? Oder auch nicht okay? So, jetzt haben wir das hier. Jetzt wollen wir da hoch und wollen auf jeden Fall, hier die Treppe muss weg, haben wir gesagt. Dafür brauchen wir eine Axt, weil es eine Holztreppe ist. Das machen wir jetzt auch direkt mal. Äh, da. Ja, okay. Mit dem Webstuhl, mit der Küche ist es echt schade, dass ich jetzt hier neben das einreißen muss. Aber wir müssen den Boden zumachen. Genau, wir machen da einen Steinboden rein. Dann haben wir auch das, was wir gesagt hatten. Hier, diese, dieses Schandmahnmal, dieser Schandfleck, diese Baukonstruktionsfehler, die werden ausgeglichen dann. Äh. So, auf, jetzt mach schon weg das Ding. Und sonst, alles gut bei euch, ja? Weil wenn ihr hier links durch das kleine Fenster schaut, das erinnert irgendwie an so einen Fernseher, der uns so gerade eine schöne Ansicht zeigt. Jetzt haben wir hier wieder die kompletten Materialien für die Treppe zurückbekommen. Habt ihr das gesehen? Äh, so hier, was war das? Drei. Ja, komisch. Verstehe ich nicht wirklich, aber gut, naja. Wir machen einen Steinboden. Ziegelboden. So, der Ziegelboden soll in Richtung Meer zeigen. So, und jetzt sollte oben aber auch bitte meine Treppe hinpassen. Was wir halt auch machen können, wir können machen, dass das Haus gar nicht von hier innen betretbar ist, das Obergeschoss. Aber das wäre auch blöd, oder? Dass wir immer hier raus müssen, so, nee, aber wir können hier hinten irgendwo ein Treppenaufgang. Ich weiß es noch nicht. Innenausbau kommt später. Jetzt geht es erstmal um die, um die anderen Sachen hier. So, und jetzt lass mich bitte meine Holztreppe bauen. Bitte sei, sei Liebspiel. Nein! Da ist etwas im Weg. Was soll denn im Weg sein? Hier, der Stuhl, oder? Ist das alles so weit weg? Ist das hier, stört das hier? Das kann doch alles nicht sein. Die Decke oben kann es doch auch nicht sein. Wir müssen da hoch. Ich will da hoch. Das geht in alle Richtungen. Es geht hier rum. Es geht da rum. Es geht in diese Richtung. Warum nicht da hin? Ist diese Wand, ist diese Halbwand ein Problem? Hier gibt einen Stein. Beim Einreißen gibt es, das heißt, es gibt gar nichts mehr zurück. Weil die Halbwand brauchen wir nicht mehr später, wenn wir hier eine Treppe haben. Das heißt, wir bräuchten eher ein mittleres Fenster. Wir kloppen das weg, setzen da eine Wand hin. Da muss ja irgendwas sein, warum das nicht geht. Wo ist denn der Unterschied von den Wänden? Da hängt doch nichts dran und gar nichts. Irgendwann ist unser Steg kaputt da vorne. Die Bretter stehen da auseinander. Jetzt hier, schön der Kontrast. Das ist ein anderer Farbfilter drauf. Ihr seht genau unten das türkisfarbene Meer. Und dahinter die blaue, bösartige Tiefsee. Mit ihren Monstern in den Tiefen. Apropos Monster. Wir hatten auch ewig keinen Hai mehr gehabt. Wir können so geil rüber schauen zu der anderen Insel und so. Das ist so mega. Das Spiel begeistert mich jedes Mal wieder aufs Neue. Sag mal, wir werden das mit dieser Treppe hinkriegen. Es ist außen der Boden. Stört er sich an den Boden, der da vielleicht dran ist? Warte mal, fällt der jetzt runter ins Meer? Fällt da überhaupt was raus? Ja, bleib hier. So, jetzt machen wir nochmal. Jetzt versuchen wir es nochmal. Bitte bau mir eine Treppe. Ups, nein. Das gibt es nicht. So, nach links dürfte es jetzt aber auch nicht mehr gehen. Die geht sogar nach links, obwohl... Warum stört er sich denn, dass da oben ein Boden ist? Jetzt regnet es. Was ist denn... Ohne Scheiß, was ist das Problem hier? Wir können mal versuchen, den Boden, der da ist, einzureißen. Den können wir ja wieder platzieren. Ach man, das ist so nervig. Dass uns sowas dann einen Strick durch die Rechnung macht. Einen Strick durch die Rechnung, genau. Einen Strick durch die Rechnung. Ich komme jetzt da oben nicht hin. Den kann ich weghauen. Auf die oberen Elemente kommt man nicht, gell? Nee. Oh, ich kann mich auch nichts wo drauf stellen. Auf Reifen stellen geht ja auch nicht, gell? Ich könnte... Ich könnte mit dem Heli auf dem Dach landen. Wir versuchen mal unser Glück. Wenn der jetzt oben auf dem Dach liegen bleibt, den müssen wir vom Dach runterschmeißen. Oh cool, pass auf, wir landen jetzt mal hier neben auf dem kleinen Ding hier. Da können wir ihn nämlich dann... Achtung, klappt das? Ja, geil, oder? Wart mal. Ah, wie ein junger Gott. Bams. Das heißt, wir von da unten kommen wir dran, können ihn wieder runterziehen. Gerade jetzt Kopf weg rasiert. So, warum geht das nicht? Was ist denn, wenn ich die Treppe jetzt von hier oben platzieren würde? Die Götter sind erzürnt, dass ich die Treppe hier hoch bauen will. Ich darf wohl keinen Turm bauen. Das ist nicht gewollt vom Spiel. Das geht nicht. Geht das vielleicht nicht, weil der Boden nicht fertig ist. Ganz ehrlich, hierhin geht's. Sogar nach da geht's. Er braucht eigentlich nichts, wo er aufliegt. Er kann da nicht hin. Also, wir haben ja nichts verloren hier. Wie sieht's jetzt aus? Jetzt sporen wir mal da unten. Los, Balken, sporen wir, versink im Boden. Versink vor Scham im Boden. So, jetzt nehmen wir das nochmal. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Stört er sich an dem Schrägen hier oben, oder was? Was ist denn das Problem? Wird es in dem Feld da unten gehen? Ich glaube, jetzt habt ihr jetzt gerade wehgetan von da, oder was? Boah, Leute. Hier geht. Da geht. Da geht nicht. Das würde gehen. Wäre auch eine Option. Dann Boden obendrauf und so. Aber ich will die Treppe da haben. Ich will die nicht hier haben. Da stellt er sich nicht mal daran, dass daneben ein Dings ist. Ja, das hier. Laterne. Warum geht das nicht? Er stellt sich an dem Dach. Müssen wir das Dach noch abreißen? Komm, wir reißen auch das Dach noch ab. Ich will das jetzt wissen. Wo ist denn der Unterschied? Das muss man nicht wirklich verstehen, oder? Wenigstens geht das Dach schneller ab, vorne. So was kann einen echt aufhalten. Da verbringt man dann irgendwie die ganze Folge damit, irgendwie zu versuchen, die Treppe dahin zu machen. Aufkommen, jetzt hast du schon die ganzen Ziegel runtergeholt und jetzt kann der Rest dann auch nicht mehr so ewig dauern, oder? Ja. Nein. Jetzt reicht es mir jetzt mal mit der Axt weiter. Das ist jetzt eh nur noch Holz da oben. Das ist kein Metall, äh, kein Ziegel mehr. Auch wenn das da steht. Mach's kaputt. Warum sehe ich den Lebensenergiebalken nicht? So, wunderbar. Hat eins gegeben. Oh, so ein Dach kostet aber mehr als eins normalerweise, oder? So. Wir versuchen nochmal unser Glück. Und ich weiß jetzt schon, es wird wieder nicht gehen. Es geht einfach nicht. Da ist etwas im Weg. Was sagt er denn hier bei so Sachen, wo... Mal auf. Also pass auf, was sagt er denn hier? Da ist etwas im Weg. Okay, da stört er sich dran, dass oben irgendwas ist, ja? Aber was ist denn hier im Weg? Sollen wir das Floß wirklich mal runterziehen? Wir werden aber nie... Wenn ich das Floß runterziehe, werden wir nie wieder auf das Dach da drüben kommen. Ist es dann vielleicht doch noch ein bisschen zu weit im Weg, äh, zu nah dran? Wie sieht es denn aus? Ja, das ist schon nah. Aber ganz ehrlich, wir wollen da oben bauen. Wir wollen doch gar nicht da bauen. So, also wir ziehen es jetzt nochmal ein Stückchen. Den Motor könnte man starten. Wo würde es aufs Dach hochfahren, das Floß? Komm. So, bleib mal hier jetzt liegen. Das liegt doch echt nur noch auf der Kante. Was ist denn das Problem? Woran kann er sich stören? Er kann sich an dem Fenster... Das Fenster haben wir nicht neu gebaut, oder? Das Fenster war bereits vorher da. War das Fenster? Haben wir das gebaut? Ja, ich meine, wir haben es gebaut, Logo, aber... Haben wir das jetzt erst vor kurzem gebaut? Wahrscheinlich stört er sich an dieser... an dieser Struktur, oder? So, also... Treppe. Geht nicht. Also, Wand weg. Oh, ich muss jetzt eine Spitzhacke bauen. Das muss doch irgendwie sowas ganz Simples, muss es doch irgendwie sein, oder? Zweimal Leder, einmal Holz, zweimal Spitzer Stein. Wir müssen auf unser Floß wieder... Da, hier geht es runter. Renn doch, bitte. Das ist auch noch außer Puste, oder was? Okay. Sollen wir die Anker mal rausmachen von dem Floß, aber nicht, dass das Floß richtig runtergezogen wird. So, Steine. Das ist die einzige Kiste, wo ich wirklich weiß, dass sie hier drin sind. So, zwei Steine. Hier sind auch Steine drin. Leder haben wir drüben. Wir hatten sonst kein Leder mehr auf dem Boot. Oh, schaut mal, das wird ganz schön hin und her. Sollen wir doch mal den Anker machen? Auch witzig, oder? Es wackelt trotzdem noch. Wir lassen es jetzt mal hier drauf, das ist mir jetzt auch egal. Oh, wir haben hier wieder... Wir haben zwei Stück vom Boden zurückgekriegt, das ist schön. Äh, Axt. Nee, 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 nee. Das Inventar ist doch wieder zu voll. Also, ich hab's auch auf. Wir müssen eh rüber. Wir brauchen, wir müssen Leder gerben. Wir brauchen, wir brauchen noch einen Stick. Haben wir Platz im Inventar für einen Stick? Ja, das kriegen wir schon noch hin. Jetzt geht die Sonne wenigstens, kommt jetzt. Der Regen hört auf, oder? Messer hier droppen. Wir wollen die stacken, das passt. Wir brauchen noch zwei Leder. So, dankeschön. Bitte, komm jetzt. Das ist da unten direkt von meinen Füßen. Jetzt biet mir an, dass ich das craften kann. Ist kein Problem, liebes Spiel, wenn du willst. Schaut mal, in der Hand hab ich schon die Akte. Nee, ich habe den Baumstamm in der Hand. Ich hätte ja verstanden, dass ich jetzt dann auch... Nee, ich hätte jetzt nicht verstanden, wenn ich jetzt die Hacke in der Hand gehabt hätte. Ah, hier will ich doch gar nicht hin. Oh, ich will ins Obergeschoss. Das Spiel macht mich noch ganz verrückt. So, jetzt aber. Komm mit. Wand. Das wird die finale Einstellung sein. Daran muss es liegen. Wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Vor allem wollen wir kein Fenster mehr hier haben, oder? Wir haben gegenüber eine Wand. Wir wollen da nicht rausschauen. Wir hätten sowieso eine Wand dahin gesetzt. Also, wir hätten diese Wand sowieso einreißen müssen. Ja, da gibt's nichts zu diskutieren. Das muss sowieso sein. So. Komm, mach's weg. Mach's weg, die Wand. Oh, mein Nacken ist verspannt. Ah, von vielen Spitzhackenhauen. Das ist, äh, das ist Ritual Reality, ja. Das geht hier vom, vom Spiel direkt auf mich über. Also, gleich mal probieren. Wir probieren mal gleich, die Treppe hinzusetzen, ohne dass wir eine Wand da haben. Wobei, es kann eigentlich nicht funktionieren. Weil der hat doch mal gut, je nachdem, wie gut die im Boden verankert ist, dann würde die halt im Nichts stehen, die Treppe. Haben wir oben den Boden, haben wir auch weg. Ich muss mal gucken, hoffentlich klappt das alles. So. Okay, bleibt mal da unten liegen, ist auch okay. Bitte, bitte, lass mich jetzt eine Treppe bauen. Bitte. Ich tue alles, liebes Spiel. Ja. So, bevor wir jetzt da, das können wir auch wegmachen. Ja, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Ich weiß es nicht. Ich meine, das hier können wir innen drin von innen bauen und reparieren. Jetzt brauchen wir dazu eine Wand. Ja, ja, ja. Wand geht. Jetzt haben wir hier neben, man kommt hier hoch. Wollen wir wieder ein Fenster hier an der Seite haben. Ich hätte sogar fast gesagt, wir machen hier eine Wand hin und machen hier mittig ein Fenster, oder? Ich weiß es nicht, weil ganz ehrlich, wenn wir hier auf der Treppe stehen, wobei, wenn man die Treppe hochläuft, kann man durch die Fenster dann schauen. Gut, das ist ja hier, wir hatten ja hier eine Halbwand hingemacht. Die ist ja auch beschädigt. Wieso sind die eigentlich beschädigt? Wollen wir hier eine Halbwand oder wollen wir ein Fenster? Da kommt ja, eine Halbwand ist zu wenig, weil wir haben ja hier oben die Kante wieder und, ja, da muss ein Fenster hin. Zeig mal, wo ist denn das Fenster? Ich sag mal jetzt nicht, dass das Fenster da nicht hinbauen geht. Hier, äh, spiele willst du mich trollen, oder was? Wieso kann ich denn die... Okay, pass auf, wir haben mal folgendes. Die Wand muss eh hochgezogen werden. Die reparieren wir jetzt mal. Dann bauen wir die Treppe auch noch auf. Beziehungsweise die Treppe, wir werden erstmal gleich gucken, ob wir jetzt eine Wand nebenhin machen können. Beziehungsweise ein Fenster. So, Fenster. Hier, ohne Missspiel. Welches Problem hast du? Was hast du für ein Problem? Wieso kann ich da jetzt keine Wand hinsetzen? Kann es sein, dass die Wand jetzt so offen bleiben muss? So, bitte, da. Da hin. Da. Warum geht das nicht? Warum nicht? Wieso kann ich das doch ein Bug? Hier, ganz ehrlich, vielleicht sollte ich wirklich hingehen. Auch gleich einen Break machen. Und dann das Spiel neu starten. Bzw. wir machen jetzt mal... Wir machen nochmal die Treppe weg. Aber nicht, dass ich die Treppe dann gleich nicht mehr aufbauen kann. Wir müssen ja trotzdem speichern. Was machen wir mal folgendes? Wir speichern gerade mal. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade ein Bug im Spiel ist. Auch weil es ist ja keiner Vernunft irgendwie zu erklären. Kann es sein, dass wir hier keine Wand machen können. Der kennt den Boden hier nicht. Der erkennt das irgendwie nicht. Der erkennt nicht, dass hier... Der erkennt da die Wand. Der würde hier die Wand erkennen. Wenn ich hier auf den Boden gehe, hier würde er keine Wand erkennen. Warum auch immer. Aber ich würde sagen, wir machen einen Break an dieser Stelle. Und ich starte das Spiel neu. Also komplett neu. Und wir lassen uns überraschen, was da jetzt ist. Und ich hoffe echt, dass es nicht so verpackt ist. Weil ansonsten müssen wir was einfallen lassen. Eine offene Wand will ich da oben nicht haben. Regal hinstellen. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Ganz ehrlich. Wir speichern jetzt trotzdem mal. Und machen einen Break. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Auch wenn es jetzt hier wirklich ein bisschen kunterbunt zur Sache geht. Wir hatten Sturm. Wir haben das Floß ein bisschen verschoben. Wir haben ein bisschen hier oben... Ja, nö. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Falls ihr noch nicht abonniert habt, vergesst nicht zu abonnieren. Und wir sehen uns. Macht's gut, liebe Freunde. Und die Glocke. Genau. Damit ihr auch informiert werdet, dass es ein neues Video gab. Also. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao.